hallo leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen folge nicht auf einem server oder so sondern in meiner 1 m single player welt halt einzespieler welt wo ich allein das spiel und heute will ich euch was zeigen weil wir haben ja schon knapp wir haben ja schon knapp fast die 50 abonnenten erreicht die 44 abonnenten und der vorteil für mich und für euch ist für mich ich freue mich ich würde mich riesig darauf freuen wenn ich die 50 abonnenten ab und auf wisst ihr was ihr dafür bekommt ihr bekommt ein mein ressourcen paket und das stelle ich euch jetzt vor so das ist es mal das ist ein bett was ressourcen paket dann ist das hier das bett das sind die sandstein blöcke halt für bett was du dich hoch bauen kannst du das so das bett noch mal wasser eimer gold apfel schwert spitzhacke stick ender perle und die ärzte ja ich wollte euch nun mal das sagen halt dass ich jetzt dann wenn ihr die 45 wenn ihr die 50 abonnenten schafft dass ich dann halt mein ressourcen paket rausbringen strengt euch an teilt das video mit euren freunden und schaltet auch das nächste mal wieder ein wenn es heißt ich spiele minecraft auf irgendwelchen